Spüre hinaus in die Umgebung, in den Raum zwischen hinten und vorne. Ströme aus dem Umkreis langsam herein. Die Hände machen einen ähnlichen Prozess und bilden zwei kleine Räume, in die du von innen her hineinfühlen kannst. Wiederhole die Übung und komme jedes Mal eine Schicht tiefer bei dir an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.